OBAT ZOCKT MIT EUCH Moin Leute ich grüße euch, schön dass ihr einschaltet, euer Obat Zockt heute wieder am Start mit CNC Tiberium Wars Tiberium Essence Beta 1.6, wie man oben rechts sehen kann, wird heute wieder schön gesuchtet Kommander Obat ist wieder in der Hut und ich habe hier schon mal was geiles vorbereitet da das letzte Mal ja ein bisschen langweilig gewesen ist Files of Isis, 4 Spieler Obat zockt mit den GTI Kumpanen schwer und gegen 2 mal brutales Krim, denke ich mal, ist ok KI Persönlichkeit lassen wir mal den Zufall hoffentlich habe ich ein bisschen Glück, dass es wenigstens nicht ganz so schwer wird und genau, die Farben sind eigentlich klar, ist egal, da wollen wir nicht lange rumlabern und da geht es schon direkt los, jetzt hier ich habe auf jeden Fall das Game schon mal gezockt, hier die Karte ah, das wird echt hart, ne, gegen 2 und 3, guck mal wie lange der überlegen muss jetzt geht es erst los, oh Gott wird gebaut, Ausbildung achso, ich habe mal rot genommen hoffentlich reicht das Siberium, warte mal, wir müssen auf jeden Fall hier zumachen boah, hier so oblau, am besten wäre es wir machen hier zu, aber das wäre echt das Beste, aber das schaffen wir nicht, so schnell Warte Wenn ich wenigstens einen Kumpel hätte, der auch, ähm, muss bestimmt beide Seiten zumachen das macht er da niemals mit, der baut da hier nicht zu und hat er da gar nicht gelernt von seiner Bau abgeschlossen Das ist ja da gar nicht programmiert, mein Kumpel Wird gebaut Wird gebaut Leute, ich hoffe, ähm, ich werde jetzt auch ein bisschen was erzählen, aber ich bin jetzt so hoch konzentriert Bereit für Basiserweiterung Wird gebaut Gegen zweimal, ähm, brutal ist echt ist echt brutal, ne Wird gebaut Bau abgeschlossen Bereit für Basiserweiterung Das ist jetzt mal da hier Das dauert viel zu lang alles Kassane, Kassane brauchen wir hier oben Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen So, ein Radar wäre mir ganz lieb Ein bisschen musst du noch vorfahren Ich hoffe, ich kriege das mit der Mauer dann hin hier Gut, ich glaube, das reicht Und du genau zwischen den Dingern hier Nicht schlecht Und reicht das ja Müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Naja, das ist nämlich ein bisschen Neue Bauoptionen So, jetzt brauchen wir erstmal zwei Ingis Vier Ingis Fünf Ingis Das nehme ich mir, nehme ich alles Wenn ich schon verteidigen muss, dann darf ich mir natürlich auch die Gebäude Mopsen Wird gebaut Gibt's keine Frage An die Arbeit Naja, mach ein bisschen los Neue Bauoptionen Neue Bauoptionen Neue Bauoptionen Neue Bauoptionen Ich bin ja angespannt, ey Gebäude eingenommen Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut So, das brauchen wir Das brauchen wir Gebäude eingenommen Das klingt gut Bau abgeschlossen Ingenieur Einsatz bereit Ich kümmer mich am alle Ich kümmer mich am alle Ich bin unterwegs Feindliche Einheiten in sich Naja, jetzt geht's schon los Der Affentanz Bau abgeschlossen Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Unsere Basis wird angegriffen Gebäude eingenommen Wird gebaut Jo Wie die Nassen Bau abgeschlossen Ausbildung Bau abgeschlossen Ungeeigneter Bauplatz Wird gebaut Raketentrop Einsatz bereit Bau abgeschlossen Wird gebaut Ja, erst mal kommen die nur mit solchen kleinen Viechern Bau abgeschossen Aber dann später Abgebrochen Da drehen die dann voll durch Infanterie-Trop bereit Ach dann das blaue kann ich mich jetzt im Grunde ranheften Abgebrochen Abgebrochen Abgeschlossen Wird gebaut Vonsere Basis wird angegriffen Bau abgeschlossen Jetzt kommen die nämlich schon mit diesen Raketen bereit Raketentrop kampfbereit Bau abgeschossen Gebäude wird gesichert. Raketentrupp aufgepasst. Gebäude in den. Positiv, wir gehen rein. Ausbildung. Infanterie-Trupp bereit. Ich mach das mit. Wird gebaut. Melden uns zum Dienst. Gebäude einnehmen. Ey, fehlt in der N, oder? Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Ach ja, ist mir die Mauer zu, ey. Unsere Basis wird angegriffen. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Also wir haben hier unten scheinbar ein... Dunkelblau ist scheinbar... Oh, hier nur mit Sturm, genau. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ich kann hier nirgends bauen. Bau abgeschlossen. Setz doch mal die Waffenfabrik hier hin. Unsere Basis wird angegriffen. Üarta Kieschen. Neue Bauaktivung. K 薄 spheres. Neue Bauaktivung. Neue Bauaktivung. Ausbildung. Wird repariert. Wer Tribü Silva fehlt. Unsere Basis wird angegriffen. Neue Bauaktivung. Ausbildung. Unsere Basis wird gebaut, hier oben jetzt auf, ja wenigstens beide jetzt mal ein paar Einheiten. Wird gebaut. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen, Bauarbeiten laufen. Wird gebaut, Bau abgeschlossen, wird gebaut. Oh oh, hier wollte ich sagen, es ist ein Bekerlisch, endlich das MPF, wie lange dauert denn das eh? Bau abgeschlossen, feindlicher Stützpunkt in Sicht, unsere Basis wird angegriffen, Ausbildung, Bau abgeschlossen, wird repariert. Wow, jetzt kommen die wohl von hier unten. Bauarbeit nur, wird repariert. Du ein Mist, sag's euch ja. Hab vor allem auch keine Energie hier. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Los Leute, jetzt kommt sie, jetzt kommt Verstärkung zum Glück. Bau abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Upgrade abgeschlossen. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Wird gebaut. 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 Mammut einsatzbereit. Na komm schon, man ey. Mit der Mauer hier, das muss man wieder schneller gehen. Hier. Wird gebaut. Wird gebaut. Hязям. Bau abgeschlossen. Oh, jetzt hab ich viel Geld mehr. Oh. Oh. Das hätte ich dir jetzt nie gedacht. Hätte ich mir gedacht. Wird so schnell alles? Ungeeigneter Bauplatz. Boah, ey. Die Basis wird angegriffen. warum ist denn das ist so hässlich uneben herr guck mal hier ja da muss erst mal auf das ist leider die krassen upgrades ist das problem brauchen wir unten das macht auf jeden fall schon ein bisschen mehr spaß die haben sich ja hier angesiedelt guck mal was jetzt hier alles rüberkommt naja gut hat mir auf jeden fall viel spaß gemacht meine befehle auf dem weg eine kommen wir doch mal hoch das ist vielleicht ein bisschen besser ja irgendeine bombe irgendwas zur studie habe ich jetzt die kinderium mehr genau hier ich setze jetzt mal so ein zeichen völlige überlegenheit ich komme es wäre gut wenn da jetzt auch mal mir helfen würde kurz in firehawk das ist doch ein schwachsinn hier vielleicht das noch mal ein was hier los ist das ist das schaffen meine drei mammuts bestimmt nicht auch hier ja ja was es wird angegriffen kein geld sammler sammler wird angegriffen okay es geht los ist jetzt kommen die hier durch noch völlige überlegenheit in unterwegs habe ich denn hier kein geld mensch das nervt naja gut ich glaube das ist wieder zu viel des guten gewesen bestimmt frisst die bombe die ganze zeit uns gelten ja der macht ja hier auch nicht hier was habe ich nicht für ihn erwischt schaltgenerator geordnet habe ich keine chance hier in meinem bauhof greift jetzt an die säcke das tue ich mir nicht an spalt hatte ich schon mach's nochmal wir probieren es nochmal aus habe gerade überlegt was ich jetzt mache das ist fiesch ey also brutal ist echt vor allem wenn die das blaute bärenfeld einnehmen die haben wir dann doppelt ich packe mich jetzt gleich zusammen hier leute vorher her es ist eigentlich das ist halt die dünnste stelle eigentlich muss man die einnehmen aber klüger wäre es vielleicht erst mal hier und dann hier mauern zu bauen oder so ich weiß es nie ich würde mich mal hier anziehen wir probieren das jetzt nochmal genau auf derselben art und weise nur dass ich mit mir mbf herumfahre wenn der hier schon fertig ist mit mir mal sehen was ich jetzt erwischt habe bestimmt so einigeln und dampfwalze oh müssen wir nicht schneller fahren ist quatsch ist schon ok so mbf unterwegs das müsst ihr doch mal erreichen oder wir haben nie so viel zeit oh ja genau da trete ich noch ein bisschen dann mach doch mal hin das ist verloren das spiel der dreht sich hier im kreis äh das ist zwar ich will gerade beenden das spiel wird gebaut naja ich glaube nicht dass wir das noch gewinnen aber ok das fange ich ein zu bauen weil ich ein kapsel mitbauen wisst ihr ey das ist blöd ich muss jetzt nochmal ganz kurz anfangen das ist doch eine dumme idee ich dachte es geht ein bisschen schneller es ist halt wird gebaut es ist halt echt schwierig ne weil du halt unter zwei seiten machen musst wenn wenigstens der gegner ihnen helfen würde aber wenn wir jetzt hier bloß bleiben oder wenn ich hier zu mache überrennen die meinen gegner dann bin ich hier eingesperrt und dann komme ich nie wieder raus wir müssen wirklich die beiden dinger zumachen so schnell wie möglich bau abgeschlossen bereit für basis erweiterung wird gebaut ausbildung ich schätze jetzt mal direkt hier drauf ich schätze jetzt mal direkt hier drauf wird gebaut wird gebaut so jetzt liegt es wieder an den dingern der weg ist auch soweit es ist wirklich so ne es ist wirklich ziemlich weit es ist wirklich so zu schaffen sein irgendwie ist es zu schaffen aber es ist schon schon ganz schön ja ja das ist schon brauchen wir mehr platz bau abgeschlossen was mit die bergung machen hier neue bauoptionen wird gebaut bauarbeiten ja komm mache bau abgeschlossen wird gebaut so jetzt nicht wie zu hier wird eins hin wird eins hin wird eins hin wird gebaut hier ach ja dann stimmt der muss ja schneller sein als ich in die dinger schnell einnehmen soll ich mir dann doch so viel helfen wird nur die ruhe bau abgeschlossen das ist echt ein gangster ich komm ungeeigneter bauplatz na komm mache doch ungeeigneter bauplatz neue bauoptionen ausbildung bau abgeschlossen das ist ein blöder Mann ey du weißt viel schlimmeres sagen aber es doch scheiße nicht ich habe ihre code abgebrochen wird gebaut ingenieure bauen das können sie nütz neue bauoptionen der computer ich habe ihre code wird gebaut commander alles bereit gebäude eingenommen ich habe ihre code wird gebaut ich habe ihre code commander ich sage es bin unterwegs gebäude eingenommen gut ich glaube das reicht ich habe ihre code unterbrochen abgebrochen gestern eigentliche einheiten in sich bau abgeschlossen so meine leute da bin ich wieder da ich musste mal kurz einen kleinen cut machen hat jemand an meiner tue geklingelt hat jemand an meiner tue geklingelt neue bauoptionen ausbildung und da ist gleich mal meine 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 gegensprecheranlage also der den hörer der meine hand nimmt der ist gleich mal runter geflogen das hat so gekracht was ich will kräfte was macht denn das zu gerüchten ich habe schon so komisch geguckt jetzt ehe ich einen cut gemacht habe ausbildung bau unterbrechen abgeboten bau abgeschlossen zu wenig energie ja komm mache hin wir brauchen energie jetzt würde ich gerne auf stop drücken meine boss ausbauen und dann kann es ja weitergehen ausbildung infanterie trupp bereit ja sir näher in uns tiberium fällt infanterie trupp bereit bau abgeschlossen hey 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 leute wo wollen die hin ja sir infanterie trupp bereit haltet die waffen bereits einheit bereit gebäude wird gesichert bau abgeschlossen bau abgeschlossen boah das geht alles nicht zu schnell jetzt ja aus zum tiberium fällt wird regeln wird gebaut bau arbeiten laufen nu ungeeigneter bauplatz wenigstens macht er jetzt mal ein bisschen mit hier auf zum tiberium fällt ungeeigneter bauplatz ungeeigneter bauplatz unsere basis wird angeblendet bau abgeschlossen ausbildung ja was ist das scheißbasser ey wird gebaut so armen leute wird gebaut bau abgeschlossen die musik jetzt hier aus oder was bau arbeiten laufen unzureichende mittel warum denn unzureichende mittel jetzt habe ich nicht genug sammler und alles da hängt er sich auch wieder rein das ist ein blöd wenigstens greif es ein bisschen an jetzt wenigstens aber mir das empzentrum noch überlassen das ist sehr nett so jetzt haut rein hier leute ja bau unterbrochen abgebrochen verstanden commander sind die anderen truppen hat noch mehr sildalten gehabt irgendwo oder wass up command wird gebaut bau abgeschlossen 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 einhats geschlossen ganz ruhig einhals geschlossen ich habe ich habe kein geld recently wir helfen schön drauf halten, Jungs. Haut drauf. Da ist halt der Niederdrein fahren, sag mal. Jetzt lassen wir Feierabend, jetzt guck ich das Spiels an. Ich glaube, wir schießen ihn jetzt nicht mehr. Ah, jetzt geht es weiter. Lass es mal neu berechnen. Die Welt kommt ja. Das ist ganz wichtig. Ja, dafür habe ich noch nicht. Ich bin die blöden Dinger hier. Ich hasse die Dinger. Nein, ich hatte die noch weiterentwickelt. Ich bin ja nur am Geschütze bauen, ne? Ja, jetzt kommt er hier rein. Dann wieder ein. Ich würde dich explodieren, könnte ich da. Wacht, mir alles so sauer. Neue Bauoptionen, Bauarbeiten laufen. Abgegriffen, wird gebaut. Haltet die Waffenbeleid. Nein, I'm ready. Bau abgeschlossen. Die haben so eine Meise, ey. System ist online. Bauarbeiten laufen. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Warnung. Spaltgenerator geortet. Gut, und so knallt er mir jetzt schön meine Base, ne? Unzureichende Mittel. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Sammler wird angegriffen. Warnung. Spaltgenerator geortet. Ungeeigneter Bauplatz. Das macht doch keinen Spaß, ey. Bau abgeschlossen. Juh, der hat doch schon alles weggeerntet. Sind die jetzt rennen? Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ich könnte explodieren. Ne, Leute, das macht keinen Bock. Guck mal hier, der kühlt mich doch schon wieder. Das macht doch keinen Bock. Guck mal, was hier jetzt reinkommt. Und vor allen Dingen, was habe ich denn für einen tollen Teamkameraden? Der baut hier fünf Raffinerien an den Feld. Von Nachhaltigkeit hat er noch nie was gehört. Und dann, wenn es die Bär im All ist. Äh, 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 was machen wir denn jetzt? Ne, da habe ich keinen Bock. Also, Leute, tut mir leid. Aber das ist einfach mal... Total sinnlos gelaufen. CPU ist schwer. Wenn ich gegen so einen Computergegner spielen müsste, wie ich jetzt gerade mein Kumpel hatte, dann würde ich den eher als leicht einstufen und nicht als schwer. Das kann er nicht angehen hier, ey. Guckt euch das mal an. Ein paar Einheiten baut er. Gebäude baut er am wenigsten. Das sind ja nur, äh, Silos und hier, ähm, Fabriken. Ich bin der, der am wenigsten die Bärjungen die ganze Zeit sammelt. Hier ist das so. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Leute, äh, tut mir leid. Ähm, was, was ich diesmal wieder schön, ähm, versorgt haben. Da bin ich aber eher alleine besser dran, als mit irgendeinem Computergegner hier zusammen. Ich werde mir jetzt für das nächste Mal nochmal was rauszucken. Vielleicht mal eine Dreierkarte oder eine Vierer und eine Fünferkarte, wo ich alleine spiele. Weil, das hat einfach keinen Sinn. Das ist da. Da hat er keinen Spaß. Der gesehen, was er macht, ne? Gar nicht. Gar nicht kann er. Auf jeden Fall ist es eine ordentliche Herausforderung. Geht wenigstens mal ein bisschen die Post ab. Bei, ähm, Brutal habe ich vergessen, wie viel Spaß das macht. Ah, wenn die an die Massen kommen. Und da muss man aber halt auch, es ist schon echt hart. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt alleine gegen zwei Mal Brutal gespielt, zwei Mal versucht, habe ich schön verloren. Auch jetzt zum Schluss, das macht einfach keinen Bock. Wenn der mir einfach alles wegerntet, habe ich dann am Ende keine Ressourcen mehr. Brutal, äh, zu doppelt, äh, doppelte Punkte bekommen. Habe ich keine Lust drauf, Leute. Okay, egal. Ähm, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr so ist, lasst gerne einen Daumen da oben da. Ansonsten abonniert. Oh, but zockt, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Haut in die Tasten rein, was ihr vor Videos sehen wollt. Ja, Abstimmung, ähm, gibt es ja im letzten Video, in der Fortsetzung von, ähm, Big Battle Little Cash. Auf jeden Fall die letzte, oder vor, ne, letzte Folge, genau. Letzte Folge von C&C. Und, ähm, genau. Da könnt ihr auch gerne abstimmen. Ansonsten einfach in den Social Networks, ne, Facebook, Twitter, Instagram, irgendwo. Und dann, oder in die Kommentare reinhauen. In der Umfrage wird auch noch kommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Robert Zock mit euch.